Letztes Mal bei den Raketenagenten. Die Bombentasche, diese Bombentasche ist auf Dongoleder hergestellt. Ich würde sagen, wenn mir so eine Bombe ins Auge fallen würde, dann würde das dumm werden, oder? Ja, würde ich auch sagen. Alle Dinos sagen A. Du musst gehen! Ich glaube, es stimmt. Bruder, du solltest stets daran denken, deine Kräfte zu erhöhen. Die Fee auf dem Gipfel des Todesberges hilft dir dabei. So. Dann, Leute, willkommen bei Jackass. Da muss man rüber sprechen. Ja. Zack. Easy. Mein Name ist... Mein Name ist Rakete und willkommen bei Jackass. Was zur Hölle? Direkt ein Herz daheim. Jetzt steigen wir den Todesberg rauf. Und los geht's. Du hast alle Dodongos vernichtet. Das ist unglaublich. Lass mich nicht... Lass mich nicht... Bruder nennen. Du musst links lang. Gut, dass du's sagst. Ich weiß nicht. In meiner Erinnerung ist die Fee auch immer rechts von der Höhle. Ich weiß nicht, wieso. Das heißt ja auch nicht. Aber wenn ich dann hier langgebe, weiß ich, dass ich falsch bin. Oh, jetzt muss er tricksen. Aber ich empfehle den cooleren Trick, sie einfach zu halten. Boah. First Drive, Freunde. 20 Whoopies. Noch mehr Whoopies. Wo ist das? Oh, lass mal schnell die Skull. 100er schon. Alter. Nice. Erfolg. Hörst du die Kuh? Ich höre gerade, wie ein neuer Tag erwacht. Und ja, ich hab die gehört. Wo ist die nur? Schreibt in die... Nein, schreibt in den Chat und in die Kommentare. Wo ist die Kuh? Wo ist die Kuh? Dumme Kuh! Oh mein Gott! Gut, dass wir diesen Schild haben. Ich glaub, der Vulkan ist aktiv. Meinst du? Unzerwaufen. Ups. Autsch. Guld. Nein. Guck mal. Oh, es hat aufgehört. Vulkan ist nicht mehr aktiv. Komm, wir gehen rückwärts. Treffen die uns nämlich nicht. Äh. Alter. Dummler. Ist gut, ne? Ja. Boah, geht das viel besser, wa? Mein Control, oder? Definitiv. Aber trotzdem den C-Stick aus irgendeinem. Ups. Kannst präziser auswählen, was du benutzt. Ganz gut. Bam! Na, wie spät ist es? Wann ich gleich mal? Zeit für kurz, ne? Zeit für kurz, genau. Man erzählt sich es seit 13.58 Uhr. Aber lachst du? Wenn du gleich wieder schön erzählen darfst. Ach, du weißt hier so, shift in, Jungs. Ich hab da mal sowas freigesprengt. Was ist das denn? Da ist das königliche Symbol drauf. Da muss man doch sicherlich irgendwie... Das königliche Schlafenlied. Da ist es so wichtig. Ja, da riegegen die Tülle. Da riegen die Tülle. Da riegen die Tülle. Da lacht er. Oh ja, jetzt hat's sexy, Leute. Oh oh. Die monetized. Direkt. Das war's mit unserem Noisense Ad Revenue. Bye, bye. Ja, können sie alle behalten. Wer will? Hallo, mein Süßer, ihr Rakete. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Der Fähigkeiten mit Doppel-E, Leute. Fähigkeiten, was macht? Ja. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwert-Technik. Seid bereit. Was hat die vor? Die will uns zeigen, wie man noch besser mit seinem Schwert umgeht. Ach so. Wie macht man denn das? Halleluja, ey. Wurde noch vollgeheilt. Na klar. So ist das. Du weißt doch, wenn der uns bestimmte Schwert-Techniken zeigt, entstehen Herzen-Lei-Liebe, ne? Du merkst die kraftvolle Wirbel-Attacke. Halte B gedrückt und um dein Schwert aufzuladen, lasse B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszufüllen. Warum lachst du? Das ist nicht lustig. Wiegst du den Knüppel einmal im Kreis und drückst dann B, kannst du die Wirbel-Attacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Das ist nämlich sehr nützlich. Tatsächlich. Ja, hab ich auch schon benutzt. Und damit zur Kraft für eine Wirbel-Attacke verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magie-Leiste. Magie-Leiste? Magie-Leiste? Sag mal, du bist doch Einbote der königlichen Familie, oder? Wenn du wieder dort bist, dann schau dir in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Ganz klar. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuch mich einfach wieder. Alrighty. Ich zieh das nicht durch ohne zu lachen. Du kannst hinterher lassen, das hat gar kein Problem. Problem. Da, der grüne Becken, der ist neu. Woah, nice. Mach mal was. Zeig mal, zeig mal was du jetzt hast. Oh ja. Level 1? 2. Kaboom. Reichweite bei der Wirbel-Attacke. Ja. Du siehst erwachsener aus, seit du die Fehl besucht hast. Ähm. Doch noch wirkst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrule. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Faust des Berges zurück möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Okay. Ja, manchmal das Gefühl, dass wir das extra so schreiben. Ich denke schon. Wieiii. Viele Erwachsene. Wir sind viele Erwachsene. Wir hatten es zum Mann gemacht. Na was, das habe ich nicht gesagt. Nicht mit Fremden mitgehen. Die Eule ist nicht fremd. Auch nicht, wenn sie Süßigkeiten haben. Versteht das? Kann man euren Vertrauen mit einer gespaltenen Persönlichkeit. Oh, hier oben kann man jetzt irgendwas machen, oder? Da kannst du hier rechts genau runterdrucken. Ja, warte, warte. Warte, warte. Wenn man schon mal da ist. Kann man das auch richtig machen. Tadaaa. Und ne Kuh, mu. Auf zwei Herzteile und wir haben... Und zwei. ...vier zusammen. Ja. Und damit ein weiteres Heer. Ich hab gehört, du bist heute hier, um Chicks abzuschleppen, Stefan. Ja, ich schleppe jetzt diese Chicks hier ab. Oha. Na cool. Boah, warst du bewusst, dass da ein Huhn drin ist. Eine Frage, hast du es nicht gehört? Ja. Wow. So, guck mal. Hühnchen. Guck mal, jetzt haben wir sogar schon zwei Chicks. Wadaw, wadaw, wadaw. Jawolloo. Wir retten die Hühnchen. Wie das ein guter Held nun mal so macht. Hey, komm her. 3. So, ich kann da jetzt mal hier drauf, ne? Hier gibt's bestimmt was. Ja, irgendwas gibt's bestimmt. Ja, irgendwas gibt's bestimmt. Absolut. Ja. Was ist denn das? Smellwix. Gleich. Gleisen was. Hups. Das hat nicht geklappt. Zu früh gesprungen immer wieder. Das wird dann ziemlich... Jetzt aber. Perfekt. Ach guck mal, ich bin hier auf so einer Kante gelandet. Macht ihr das nicht auch so zuhause, dass ihr von Türmen springt und auf dem Zaun landet? Das sind übrigens die Standards-Strets. Da kommt man nicht anders hin. Ach, theoretisch kommst du da anders hin, aber... Das muss mir niemandem erzählen. Oh, 3 von 4 Hertz halt. Nice. Was für ein Teil, alter. Du musst die auch noch mitnehmen. Ja. Oh, dein Hühnchen wird zurückgelassen. Richtig, gecheckt. Los, geh zurück. Ach, gecheckt von mir. Ja. Rakete läuft an allen Chicks vorbei. Oh, so cool ist er. Oh ja. Allee. So fliegen ist schöner. Und, bam. Treffer. Treffer. Treffer was eng. Hier ist auf jeden Fall eins, aber wo ist das andere hin? Ist nicht wirklich wieder zurück, oder? Doch seine Chicks einfach nicht mehr nach Kontrolle. Ne. Ne, geht das. Ah, da ist es. Okay. Mit dir haben wir noch einen Huhn zu rupfen. Man darf... Was? Nicht. Ah, jetzt endlich. Boah, heute wieder richtig schlechte Wortwitzes Liga Blätter. Ja. Tada. Super. Jetzt hast du fast alle. Bring doch bitte noch das Le... Boah. Ach, hinten war... Ne. Doch am Eingang. Ach doch. Das ist am Eingang. Das Einfassen von allen Hühnchen. Die einfachen wir auch keine abschlippen. Warte, was? Boah. Boah. Hohohohohoho. Halelter was. Uiuiuiuiuiui. Jetzt holste doch wieder aus. Danke das du meine Hühnchen schon wieder eingesammelt hast. Ich bin nämlich allergisch und bekomme einen Ausschlag, wenn ich dir anfass. Warum zu einer züchtig Hühner? Dafür, dass du mir geholfen hast, gebe ich dir etwas sehr wertvolles. einmach glas von babuschka gehält marmelade nicht um zehn nice ja habe ich letztes mal genau gesammelt perfekt und jetzt seht ihr die besten guckt euch den an sieht er nicht nett aus total der fluch ist voll genommen 1000 hier ist eine wertvolle belohnung für dich endlich mehr geld endlich wasten wir wenigstens die große geldbörse jetzt nachdem wir alle rupees eingesammelt haben können wir endlich mehr sind ja jetzt können wir 200 rupee tragen freunde zurück ist noch mal kurz zurück ins schloss okay da ein bisschen stadt zu tun dinge die leber nicht gemacht hat und ich machen konnte obwohl eigentlich ist nacht ganz gut kleiner hundi kommt mit komm mit wir haben den haus haben wir erfolgt uns einfach und oder rund weil die streichen und mit uns in die seitenklasse kommt mit kleiner kommen die seitenklasse und wir brechen zusammen ein das war richard richard der leide ich da wieder vielen dank bitte nehmen diese belohnung nehmen wir schon einen weiteren herzcontainer da da super richard ja genau das